Die Reihe hat viele schlechte Kritiken abbekommen, aber ist das gerechtfertigt? Wir finden es heraus. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmersteinbaus. Heute habe ich für euch ein Set von Singbao und zwar die Singbao XB06040 aus der Bundeswehrreihe. Ich habe den Kampfpanzer Leopard 2A6 rausgesucht, der auf den ersten Blick wirklich sehr interessant aussah. Und ich muss sagen, ich hatte die Reihe schon wieder fast ein wenig verdrängt. Ich wollte sie mir immer mal anschauen, aber dann sind andere Sachen dazwischen gekommen. Dann habe ich auch mal wieder auf joy.com rumgesurft und habe dort neben einem anderen Set eben auch die Bundeswehrreihe für einen guten Kurs gesehen. Und habe gedacht, okay, da schlage ich zu. Dieses Set hat mich 42 Euro gekostet, Versand und alles ist schon inklusive und das ist schon ein fairer Preis und ungefähr 8 Euro unter dem Blue Bricks Preis. Man muss natürlich bedenken, hier ist dann keine Originalverpackung dabei, bei Blue Bricks hätte man die dazubekommen. Da muss dann jeder selber wissen, was er am wichtigsten findet. Ich habe aber auch noch eine kleine gute Nachricht für euch, denn ich habe, wie gesagt, noch ein anderes Set bestellt und dort aber eine falsche Variante. Das ist mir kurz nach der Bestellung aufgefallen. Deshalb habe ich mich an den Joy Kundensupport gewendet und die konnten mir wirklich sehr kulant weiterhelfen. Wie gesagt, das war mein Fehler und trotzdem haben sie mir da super weitergeholfen, um den Fehler eben wieder gut zu machen. Und da dachte ich mir, wenn ich doch sowieso schon mit denen schreibe und dieses Set vorstelle, vielleicht kann ich ja noch einen kleinen Rabatt für euch raushandeln. Und zumindest einen kleinen Rabatt kann ich euch vorstellen. Und zwar bekommt ihr dort mit dem Code Valleybrick einen Nachlass von 3 Dollar bei Bestellungen über 50 Dollar. Ist natürlich kein Mega-Rabatt, aber wenn man sowieso dort bestellen will, auf jeden Fall besser als nichts. Die Papierqualität ist gut, die Druckqualität ist in Ordnung, aber meines Erachtens ein wenig zu blass. Die Anleitung ist klammergebunden. Was schon gebaut wurde, wird verblasst dargestellt und nicht völlig ausgegraut. Und eben was aktuell gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Finde ich es eine sehr schöne Darstellungsweise. Auch ist das Ganze in Bauabschnitte unterteilt. Die Tüten schauen wir uns gleich noch zusammen an. Und insgesamt haben wir 58 Seiten in der Anleitung, bis wir den Panzer fertig gebaut haben. Was ich ja immer bei Bauabschnitten gut finde, ist, wenn neben der Tütennummerierung auch der Fortschritt beim Set gezeigt wird. Da weiß man immer genau, wo man steht. Und apropos Tütennummerierung und Bauabschnitte. Ich finde, das könnte Singbau ein wenig offensichtlicher lösen. Denn zum Beispiel bei dieser Tüte hier musste ich sehr lang gucken, bis ich dann endlich mal diese 1 hier gefunden habe. Das machen andere Hersteller doch ein wenig offensichtlicher. Ansonsten habe ich hier schon mal die Teiltüten für den ersten Bauabschnitt liegen. Und diese Platte hier wird noch dazukommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Set, weil es ja wie gesagt hier sehr gemischte Meinungen gab. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns selbst eine bilden. Dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Und wir sehen uns das erste Mal nach 24 Bauschritten und damit nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Und meine Laune ist ehrlich gesagt sehr getrübt. Das hat mehrere Gründe. Einmal die Steinequalität. Wir haben bisher noch keine großen Fliesen dabei gehabt, deshalb kann ich aussehensmäßig wenig sagen. Außer, dass hier selbst bei den Plates und anderen Teilen wirklich große Angusspunkte sind. Das könnte ich aber noch verschmerzen. Mein Problem ist, die Teile fühlen sich richtig billig an. Und auch beim Verbauen fühlt sich das einfach nicht gut an. Am Ende halten sie zwar und haben eine gute Klemmkraft, aber das fühlt sich so ein bisschen nach den Steinen von dem 11 Euro Schiff oder dem 12 Euro Riesenpanzer von AliExpress an. Und das ist in dem Fall leider kein Kompliment, wenn dieses Set 50 Euro kostet. Der Teilepreis ist hier zwar trotzdem niedrig, aber es fühlt sich einfach alles nicht wirklich gut an. Der nächste Punkt ist, wir haben ja hier so ein gefedertes Fahrwerk eingebaut. Positiver Punkt, bisher rollt es sehr gut, ich bin sehr gespannt, wie das dann mit den Ketten funktioniert. Und dieses Fahrwerk ist an jeder Laufrolle beweglich, so mit Gummibändern gebaut. Ob die Gummibänder das ewig aushalten, wir werden sehen. Was mich aber hier sehr dran gestört hat, ist, wir sollen erst die einzelnen Elemente bauen und dann die Gummibänder einbauen. Und diese zwei Plates, die oben gegen kontern, sollen wir erst später einbauen. Und zwar ganz am Ende des Bauabschnitts. Und das funktioniert so einfach gar nicht. Wenn wir hier die Gummibänder einbauen, bevor das gegengekontert ist, nimmt es einem das gesamte Fahrwerk wieder auseinander, weil es dann diese Technikbricks hier raushebelt, ähnlich wie es gerade hier bei dem Einzelnen passiert ist. Nur, dass das dann nicht nur bei dem Einzelnen passiert, der eben bisher noch gar nicht gegengekontert ist, sondern mit dem gesamten Technikbrick und man damit das ganze Fahrwerk nochmal neu bauen kann. Das war wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und ich glaube, ihr könnt danach vollziehen, dass ich bisher mit dem Bau leider nicht allzu viel Spaß hatte und jetzt so schnell wie möglich in den nächsten Bauabschnitt gehen möchte, um dieses Fahrwerk komplett gegenzukontern, damit es endlich mal hält und nicht immer irgendwo etwas abfällt. Dementsprechend baue ich jetzt weiter und drücke wirklich die Daumen, dass das noch ein ganzes Stückchen besser wird. Ich glaube nicht. Und wir sehen uns das nächste Mal nach 18 Bauschritten wieder. Das ist nicht ganz der zweite Bauabschnitt, denn eigentlich kommen noch im 19. Bauschritt des zweiten Bauabschnitts die Ketten drauf. Die setze ich dann auch gleich noch drauf. Aber erstmal muss ich kurz etwas loswerden. Und ich muss mich da wirklich ein bisschen beherrschen, um jetzt nicht zu böse zu werden. Denn dieses Set hat mich wirklich an den Rande eines Abbruchs gebracht. Und ihr wisst, dass das nicht das erste Set ist, was ich gebaut habe. Und dass sich auf meinem Kanal bisher wirklich nur sehr wenig abgebrochen hat. Und das hatte dann sehr extreme Gründe. Dieses Set hat es aber durch die Kombination einer schlechten Teilequalität und einer undurchdachten Anleitung geschafft, dass ich es wirklich fast in die Ecke gestellt hätte. Es wirkt ja erstmal unspektakulär. Wir haben noch ein paar Dekoobjekte dazu gebaut und haben das Fahrwerk noch gegengekontert. Genauso wie ich mir das gewünscht habe. Das Problem ist nur, die Deko haben wir als erstes gebaut und das Gegenkontern kam ganz am Ende des Bauschritts. Und deshalb ist es mir zweimal passiert, dass während des Bauens das Fahrwerk sich wieder gelöst hat. Ist doch gar nicht schlimm, dann drückst du doch einfach wieder fest. Es hat sich aber auch das Fahrwerk gelöst, was hier durch diese lange Plate gegengekontert wurde. Das bedeutet in dem Fall, dass man das gesamte Fahrwerk wieder auseinanderbauen darf und wieder draufstecken darf. Wieder alle Gummis ranmachen darf und auch diese Blenden wieder draufstecken darf. Und das zweimal, währenddessen man eigentlich nur entspannt bauen möchte und eigentlich weiß, dass es ganz einfach sein könnte, das zu verhindern. Also habe ich auch nach den zweimal gedacht, nein. Obwohl ich es immer versuche, es so wie in der Bauanleitung zu machen, habe ich dann vorgeblättert und habe das Konton schon mal vorgezogen. Hier wäre man als jemand, der noch nicht so viele Sets gebaut hat und dementsprechend auch keine Ahnung hat, wie das Ganze funktioniert, schon aufgeschmissen gewesen. Ich glaube, es ist etwas verständlich, warum mich das genervt hat. Und vor allen Dingen noch mit dem Hintergedanken, dass Sing Bao auf der Anleitung selber wirbt, dass das hier ein hochqualitatives Produkt ist, was von Sing Bao zusammen mit Blue Bricks entwickelt wurde. Also dann stellt sich mir die Frage, warum bei diesem hochqualitativen Produkt sich nicht vorher einmal jemand hingesetzt hat, versucht hat, das zu bauen und dann gemerkt hätte, dass es eine schlechte Idee ist, das in der Anleitung in dieser Reihenfolge zu machen. Oder, dass die Bautechniken eben für die Steinequalität nicht wirklich geeignet sind. Und dann gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder ist das nicht geschehen und das wäre endlos peinlich. Und falls es doch geschehen ist, möchte ich wirklich wissen, welches Brokkoli diejenige Person davor geraucht hat, weil dann möchte ich das auch gerne, wenn man es für eine gute Idee hält, das genauso rauszubringen. Das hat sich jetzt alles ein wenig nach einer Brandrede angehört und ich mache das eigentlich richtig, richtig ungerne, über ein Set so zu schimpfen, weil ich eigentlich Spaß haben möchte beim Bauen. Genauso wie ihr. Und ich habe mir jetzt folgendes überlegt. Ich möchte diesem Set trotzdem weiterhin eine faire Chance geben. Und deshalb lasse ich es jetzt erst mal mindestens zwei Tage stehen, um dann noch einmal mit ein wenig mehr Lebensfreude an dieses Set ranzutreten und ihm eben noch eine faire Chance zu geben, mich weiterhin zu überzeugen. Und zu vergessen, dass diese Teile die ganze Zeit abgefallen sind, die durchs ganze Zimmer gerollt sind und ich sie wieder suchen durfte, das Ganze wieder auseinandernehmen und zusammenstecken durfte, obwohl wir driften jetzt schon wieder ab. Ich gebe dem Ganzen in ein paar Tagen noch mal eine Chance und hoffe wirklich, dass ich das Ganze noch einmal verbessern kann. Denn an sich finde ich die Idee mit der Federung wirklich nicht schlecht. Außer wenn man sie benutzt und selbst dann Teile abfallen. Aber immerhin ist nicht das gesamte Fahrwerk dabei abgefallen. Wie gesagt, wir sehen uns dann gleich in ein paar Tagen wieder mit den Ketten und ich denke auch mal nach dem dritten Bauabschnitt. Und dann sehen wir einfach mal, wie es einem weiter mit diesem Set auch geht. Wie angekündigt habe ich ein paar Tage gewartet und wir sehen uns das nächste Mal nach dem dritten Bauabschnitt wieder. Und... Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Das ist wirklich bisher eine absolute Frechheit. Ich werde es für euch zu Ende bauen. Privat hätte ich das Ding wahrscheinlich schon lang mit der Begründung Schrott versucht zurückzuschicken. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten an. Die Ketten. Positiv. Sie laufen ganz gut, sobald der Untergrund ein wenig Grip hat. Auf dem Tisch sehr ruckelig, aber selbst dort ist das zumindest vom reinen Laufen etwas besser als bei Konkurrenten. Negativ. Man soll die Ketten aus 77 Kettengliedern zusammenbauen. Und von der Sache her ist das auch die perfekte Länge für dieses Set. Das Problem ist nur, dass die Ketten dann ein wenig Spannung haben. Minimal. Und einem deshalb die Laufrollen wieder vom Set einfach wegfallen. Deshalb habe ich die Ketten nochmal um ein Glied verlängert mit 78. Es waren zum Glück genug Teile dafür drin. Und so kann man sie wenigstens aufziehen, ohne dass das Set dann von alleine auseinander fällt. Nächster Punkt. Die Steinequalität vom Aussehen. Die Fliesen sind einfach wirklich vom Aussehen sehr matt, sehr abgegriffen. Es wirkt eben genauso billig wie die Steinequalität vom Verbauen. Das wäre aber nicht der größte Kritikpunkt gewesen, wenn die ganzen anderen Sachen nicht mit dabei wären. Weiter ging es dann mit einem schönen Fehlteil. Ich versuche es mal, dass es jetzt nicht auseinander fällt, wenn ich euch das zeige. Obwohl die Verbindung, die man eigentlich aufklappen sollen könnte, ist sowieso schon auseinander. Diese Blade Modified mit zwei C-Klemmaufnahmen hier hat einmal gefehlt. Deshalb habe ich sie jetzt dealvoll in weiß eingebaut. Und ich bin mir sehr sicher, weil das nicht gerade das weit verbreiteste Teil ist, was existiert, dass einige Leute dieses Teil auch nicht gehabt hätten, dann hätte man das ganze bei Singbauer nachfordern müssen und hoffen müssen, dass das Teil einigermaßen schnell bei einem ankommt. Gut, Fehlteile können passieren. Es ergänzt aber sehr gut das Gesamtbild dieses Sets. Und da bin ich bis jetzt noch gar nicht darauf eingegangen, dass bei jedem Einfedern des Sets irgendetwas Gefahr läuft abzufallen, wie eben zum Beispiel von dem äußerst fragilen Fahrwerk oder auch den ganzen anderen Teilen, die für die Steinequalität auf viel zu wenigen Noppen platziert wurden. Dass dieses Set ja nur ein Display-Set ist und gar nicht zum Spielen geeignet ist, dann hätte ich aber gerne, dass ich das Set anheben... dass ich das Set anheben kann, ohne dass irgendwelche Teile davon abfallen. Obwohl, vielleicht hat man dadurch ja eine richtig gute neue Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Ich meine, wolltet ihr nicht schon immer mal auf eurem Diorama einen zerschossenen, ausgebrannten Panzer darstellen? Dann ist das genau richtig für euch. Denn ihr müsst ihn nur von A nach B tragen, damit sich der gesamte Panzer auf eurem Diorama in Einzelteilen verteilt. Da müsst ihr euch nicht mal selber die Mühe machen, das Ganze so zu drapieren, dass es wie ein ausgebrannter, abgeschossener Panzer aussieht. Ist doch top, oder? Obwohl ich euch dann vielleicht empfehlen würde, ein besseres Set gebraucht unvollständig zu kaufen, damit könnt ihr mehr anfangen, als mit diesem Ding hier neu. Ich bringe das jetzt noch zu Ende, werde jetzt die letzten zwei Bauschritte in einem Ripp machen, weil ich glaube, ich würde mich nur wiederholen und ich möchte dieses Video mit dieser negativen Schwingung jetzt so schnell wie möglich beenden. Aber ich glaube, ich kann euch jetzt schon mal spoilern, dafür wird es keine Kaufempfehlung geben. Wenn nicht die letzten zwei Bauschritte die besten meines Lebens sind, werde ich das keinem, keinem empfehlen. Und damit ist er zum Glück endlich fertig, der Kampfpanzer Leopard 2 A6 von Xing Bao. Im Normalfall würde ich bei so einem Set, ihr wisst das, noch mal rausgehen, um dort zu versuchen, ein paar schönere Aufnahmen zu machen. Hier werde ich auf jeden Fall drauf verzichten, weil ich weder am Ende die Teile aus meinem Auto sammeln möchte, wenn das Ding auseinandergefallen ist, noch die Teile in irgendeiner Wiese aufsammeln möchte. Sorry, geht in diesem Moment nicht anders. Aber wir versuchen noch das Beste draus zu machen. Die Funktion des Panzers zeige ich euch ganz kurz, weil ich auch hier ungern möchte, dass der Panzer wieder in alle Teile auseinanderfällt. Man kann zum Beispiel hier eine Klappe öffnen, kann auch diese Klappe öffnen, kann den Geschützturm frei drehen, man kann das Geschützrohr vorn nach oben und unten bewegen. Kein Kommentar an der Stelle. Dann wisst ihr, dass man das hier vorn aufklappen kann, ihr habt es gesehen. Und auch hier hinten die Motorabdeckung kann man abnehmen, aber auch den Motor habt ihr schon gesehen, deshalb verzichte ich darauf jetzt mal. Dann hat der Panzer noch eine Federung, die, wenn man sie benutzt, auseinanderfällt. Und damit haben wir, denke ich, alles Wichtige zu den Funktionen gesagt. Ja, was bleibt dem Panzer jetzt noch? Man könnte ihn als Teilespender verwenden. Dafür kommt er aber meiner Meinung nach nicht in Frage, weil die Steinequalität vom Aussehen, von der Klemmkraft und der Verbaubarkeit meines Erachtens dafür zu schlecht ist. Auch diese ganzen matten und rauen Fliesen mögen bei einem Panzer noch halbwegs klar gehen, aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass es eben ein Qualitätsmangel ist. Und dann bleibt zu guter Letzt nur noch das Aussehen von dem Panzer. Und das kann man ihm nicht absprechen. Er sieht wirklich nicht schlecht aus und man erkennt auch einen Leopard darin. Ebenfalls hatten wir hier noch beim Rohr ein Fehlteil, was ich selber durch ein etwas dünneres Teil, was ich dazu hatte, ersetzen musste. Also hier kommt wirklich alles zusammen. Und das i-Tüpfelchen meiner Meinung nach ist, man sieht, wie viele Gedanken sich zu dem Set gemacht wurden, wenn der Teile-Trenner in der letzten Tüte ist. Mal davon abgesehen, dass dieser Giraffen-Teile-Trenner eigentlich nichts in so einem Set verloren hat, aber das ist ja wirklich noch der kleinste Kritikpunkt. Aber warum packt man einen Teile-Trenner in den letzten Bauschritt? Vielleicht, weil man selber merkt, dass man für dieses Set keinen Teile-Trenner braucht, weil es sich schon beim Anschauen und Anheben selbst auseinander nimmt? Ich weiß nicht, könnte es vielleicht daran liegen? Und ganz ehrlich, nach allem, was hier beim Bau passiert ist, und nach allem, was ich euch erzählt habe, ist, er sieht aber im Regal dann zumindest ganz gut aus, mir viel zu wenig. Jeder Bauschritt hier war eine Qual. Der, der halbwegs funktioniert hat, war der vierte Bauschritt. Beim Rest gab es immer wieder Probleme durch die Teilequalität und die Anleitung. Es gibt so peinliche Fehler wie mit dem Bundeswerbzeichen, was angeblich in jedem Set korrigiert wurde, hier komischerweise nicht. Es gibt Fehlteile und, 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 und. Die Liste ist lang genug. Und ich glaube, dann muss ich euch nicht mehr erklären, warum dieses Set meiner Meinung nach keine Kaufempfehlung verdient hat. Und ich kann euch nur davon abraten, von Singbao die XP06040 zu kaufen. Der Code, den ich mit Joy ausgehandelt habe, zählt zum Glück nicht nur für dieses Set, sondern auch für andere Sets. Sonst wäre er komplett wertlos und ich hätte ihn in dem Video nicht mal erwähnen müssen. Aber so könnt ihr ja trotzdem auf der Seite Joy stöbern, wenn ihr sowieso dort etwas einkaufen wolltet. Der Verkäufer kann in dem Fall ja nichts dafür, dass dieses Produkt so schlecht ist. Wer dafür aber etwas kann, ist Singbao und Blue Bricks, die das zusammen entwickelt haben und dann noch großspurig damit prahlen, dass es ein hochqualitatives Set sein soll und dann so ein Mist hier rausbringen. Mir tut jeder Cent leid, der an diesem Set steckt. Und ich hoffe, falls ihr dieses Set selber besitzt, hattet ihr etwas mehr Glück und ich hatte nur den Ausreißer in die besonders negative Richtung. Ihr könnt mir davon gern in den Kommentaren berichten. Wenn euch natürlich diese Review gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Auch hoffentlich endlich wieder mit positiveren Reviews und besseren Sets als dieses Ding hier. Haut rein, euer Valleybrick. Oh! Oh! Oh!